So, Robert Klemm referiert über den Lurk-Map-Style. Ja, hallo. Genau, ich möchte gerne etwas Neues zum Lurk-Map-Style erzählen und auch einen kleinen Abriss machen, was in letzter Zeit passiert ist und auch vielleicht so einen kleinen Ausblick bringen. Ich bin gerade, ich muss so schnell rübersprinten, ich muss ein bisschen Luft holen. Also, Rückblick, letztes, also 2016 wurde durch die Firma Lurk, dieser Lurk-Map-Style in Kato-CSS ins Leben gerufen, wurde weiterentwickelt, basiert komplett auf dem OSM-Bright-Style vom Mapbox und wurde komplett auf den OSM-Importer in Possen, damals drei, jetzt heißt er wirklich nur noch in Possen, eben ausgelegt und bietet komplett ein Bitmap-Raster-Style an. Seit letztem Jahr hat die Wehrgroup quasi das Projekt wieder ins Leben gerufen und wir versuchen quasi, den Style eben weiter aufrechtzuerhalten und haben auch in letzter Zeit, letztes Jahr quasi ein neues Release rausgebracht, wo wir eigentlich nur Bugfixes ein bisschen durchgeführt haben und haben also das Impossen-Mapping-File aktualisiert auf die neueste API. Haben natürlich auch ein paar Features schon hinzugefügt und haben natürlich bestreben, dass wir das auch als Open-Source, wie gesagt, ist bei GitHub veröffentlicht, das eben weiterzuführen und dass auch jeder da auch mit editieren und committen kann. Der aktuelle Stand ist, wir haben, wie gesagt, die viele Sachen aus dem bestehenden Stand mit übernommen. Also, wie gesagt, man kann Luftbilder hinzufügen. Man hat Hügelschattierungen wurden erweitert. Wir haben ein bisschen Label-Darstellung angepasst, modifiziert. Die Farbe wurde ein bisschen angepasst. Und wie ich auch schon meinte, wir haben das Import-Mapping-File eben nach dem neuesten Stand verändert und angepasst. Ein Feature wäre jetzt, dass man ab Zoom-Level 17, wie man hier auch sehr schön sieht, die Altstadt von Freiburg, dass man eben auch die Hausnummern sieht. Hinzu kommt auch nochmal die Übersichtskarte zu. Wir haben zwei, drei Layer hinzugefügt. Ein Layer, wo auch Footway und Path-OSM-Tags ausgewertet werden und das gerendert wird. Genau, und wir haben die Icons angepasst, das hatte ich am Anfang ja auch schon gesagt, und dass gewisse neue Bilder-Icons gerendert werden. Leider sieht alles sehr schick aus, hat aktuell auch Probleme. Wir haben festgestellt, wir benutzen das im Produktiveinsatz. Also, wir benutzen diesen Open, Entschuldigung, den Logmap-Style-Demo von der Wehrgroup. Der kann auch genutzt werden, ist aber nur für private und Demo-Zwecken. Eben geeignet. Haben wir festgestellt, dass durch die neue Mapnik-Version, dass es eben zu Problemen kommt und dass wir starke Kartierungsprobleme haben. Bestes Beispiel ist diese Doppelung eben der REF-Nummern, der Autobahn. Und haben festgestellt, dass gewisse Kato-CSS-Regeln eben depraised sind und Mapnik nicht mehr unterstützt werden. Das sind aktuelle so die Probleme. Wir haben auch Verdrängung um falsche Pyrogisierung. Vieles lässt sich eben auf die veraltete Kato-CSS-Regeln und Mapnik-Regeln in dem Style-MML von Workmap-Style eben zurückführen und versuchen eben das jetzt auch aktuell zu beheben. Man kann auf den OSM-Demo, benutzt quasi eine sehr alte Mapnik-Version, deswegen fällt das da auch gar nicht auf. Das fällt natürlich erst nur auf, wenn wir neue Versionen von Mapnik benutzen. So einen kleinen Ausblick kurz. Wir haben die Intention, dass wir auch die Kontinent- und Ozeannamen in den höheren, in den kleineren Summenstufen, also 0 bis 4, unterstützt werden und angezeigt werden. Wir wollen die Icons-Darstellung ein bisschen anpassen und weiter ausbauen. Wir hatten auch vor, einen kleinen Docker-File dafür einzurichten, dass man das auch besser testen kann. Die Darstellung der Struktur ein bisschen optimieren, also eigentlich ein bisschen mit einem kleinen Frühjahrsputz durchführen und aktuell planen wir auch, das Schema oder das Styling-Schema eben auch Vector-Tiles auszulegen und sind da jetzt auch gerade so mit kleinen Mobboxen unterwegs und versuchen einen basierenden Style beziehungsweise Schema im Durchschiff durchzuführen. Das war es auch. Wer Fragen hat, meine Adressdaten und einfach, ja, melden. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank. Vielen Dank.